Gut Leute, was geht? Willkommen zu den neuen ARC News. Heute geht es um den Community Crunch 388 und jetzt sind ein paar Sachen drin, die sehr interessant sind. Ihr seht erstmal, natürlich, wenn man das erste Mal sagen kann, Leute, die Woche ist Xbox endlich released. Yo, Xbox ist draußen, es gab ein paar Bugs, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was waren euch so die coolsten Bugs waren oder die nervigsten Bugs waren. Wir hatten sehr viele Serverabstürze gehabt, wo ich drauf spiele, aber auch komischerweise heißen bei uns seit neuestem Agentarwisse jetzt Silber und Spinus heißen irgendwie Wirbelsäule oder so. Also bei uns sind die Namen ganz komisch, ich weiß nicht woran es liegt, ich schreib mal in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist, würde mich mal mega interessieren. Ja, im Großen und Ganzen geht es hier auf jeden Fall, also in diesem Trailer, den habt ihr vielleicht manchmal schon gesehen, das war so der Debüt-Trailer, wie die Xbox live gegangen ist. Hier hat man ein paar Mods gesehen, wie zum Beispiel Svartalfheim, aber halt auch einige Kreaturen, zum Beispiel die ganzen Garuga-Mods sind hier aufgelistet in einem kleinen Video. Kann man auf der ARC-Seite sich angucken, schaut euch mal rein, da sieht man einige coole Kreaturen. Hab ein paar davon schon vorgestellt, also zum Beispiel den Cerato, die Archelon, also kommen noch ein paar weitere, generell eigentlich fast alle Dinos, die man in diesem Video gesehen hat, werde ich nochmal vorstellen, in Einzelvideos. Also da war die Woche der Release. Dann geht es hier um Cross-Plattform-Mods, mittlerweile sind das über 120 Mods, die auch auf der Xbox gehen. In den ersten Tagen waren es ja wirklich nur ein paar, jetzt werden es immer und immer mehr, also auch gerade für Server, die Cross-Play machen wollen, jetzt könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Mods auch benutzen. Wir hatten da ein bisschen Probleme gehabt mit ein, zwei Kryo-Mods am Anfang zum Beispiel, aber jetzt ist das kein Problem. Ihr könnt fast, nein, nicht fast alle Mods, aber ihr könnt relativ viele Mods für Xbox und für den PC benutzen und auch dann für Playstation später. Dann wird hier geschrieben, also das ist im Prinzip alle 120 Mods aufgelistet, ja, ich meine, wenn ihr Xbox habt, dann könnt ihr die auch ingame sehen, weil die Mods seht ihr ja bei euch, denkt ihr, dass sie bei euch gehen. So, dann gibt es auf jeden Fall noch ein paar Live-Updates. Playstation ist jetzt immer noch in der Zertifizierung, sie planen immer noch Anfang Dezember das Ganze zu veröffentlichen. Ich denke mal ganz ehrlich, da Xbox jetzt gestartet ist und es war eigentlich okay, der Start, was Bugs-mäßig angeht und sie patchen ja relativ viel, wie sie hier schreiben, dass sie 95% der beispielsweise offiziellen Network-Probleme mit Xbox und auch PC-Servern behoben haben jetzt in den Wochen, denke ich mal, wird der Release jetzt langsam näher kommen, ja. Ich meine, das Problem mit Sunni wird wahrscheinlich irgendwann jetzt mal gelöst sein und dann wird es auch erscheinen, ja. Also gehen wir mal von Anfang Dezember aus. Ich würde jetzt mal ganz doof in den Raum den ersten mit reinnehmen, weil da kommen wir nämlich mal gleich, wenn wir über das Event reden, nämlich das Turkey-Trial-Event, wegen dem Datum. Ja, sonst wird noch geschrieben, dass es aktuell ein paar Bugs gibt, dass ihr einem Server, also gerade offiziellen Servern beitreten wollt und dann steht da zum Beispiel 64 von 70 Leuten auf dem Server drauf, aber ihr könnt trotzdem nicht joinen. Das liegt ein bisschen daran, da man im Endeffekt diese Auto-Join-Funktion, wenn ihr das Game startet, könnt ihr unten in der Mitte auswählen, dass ihr eurem letzten Server beitreten wollt, zugesehen. Und da gibt es ein bisschen ein Problemchen mit, dass manche Server dann voll aussehen, etc., aber das sind auch Sachen, die werden wahrscheinlich in Zukunft behoben werden, ja. Dann gibt es den extra Livestream am 2. Dezember. Der geht dann 24 Stunden, wo es dann Giveaways, Entertainment, Informationen, News, hoffentlich auch dann vielleicht Sachen schon zu Scotch-Earth, Aberration und der Zukunft von ARK, vielleicht sogar Sachen, die wir noch gar nicht kennen, neue Dinge, die in Dinos zum Beispiel. Ich habe schon mal gefragt, aber schreibt mal bitte mal in die Kommentare, Leute. Soll ich den 24 Stunden Livestream live streamen, also dass wir uns den live zusammen angucken, oder hättet ihr lieber gern zu allen wichtigen Dingen einfach nur ein Video? Dann würde ich den so gesehen nebenbei laufen lassen und würde einfach nur Videos aufnehmen. Schreibt mal in die Kommentare. Lieber 24 Stunden selber Livestream oder nur Videos? Würde mich mal interessieren, was ihr gerne hättet. Ich meine, ich gucke so oder so 24 Stunden, wisst ihr, was ich meine? Ob wir das zusammen gucken oder ob ich alleine gucke. Ich hänge es von euch ja. Habt ihr Bock drauf? Schreibt es in die Kommentare. Dann das Turkey Trial Event. Ja, das erste Asa Event startet am 1. Dezember. Sie haben es ein bisschen nach hinten geschoben. Es war ja vorher der 28. November. Jetzt ist es der 1. Dezember. Deswegen meine ich gerade, es wäre irgendwie komisch, wenn man doch am 1. Dezember das Event bringt und dann am 3. Dezember die Playstation nachholt. Dann kann man auch das vielleicht sogar zusammenbringen. Und wisst ihr, was ich meine? Würde ich sogar was bisschen cooler finden, dann hätten auch die Playstation-Spieler das komplette Event. Und direkt zum Start auch ein paar Bonis wie schönere Dino-Farben. Obwohl die Frage ist, schönere Dino-Farben ist immer eine Auslegungssache, ob ihr die Farben geiler findet. Eventmäßig seht ihr, dass eigentlich diese ganzen Event-Skins, die es vorher gab, es vorher schon. Das sind keine neuen Skins. Das hier sind alles Skins, die es schon in ASE auch schon gab. Also Dodorex, T-Shirts, die ganzen Mützen, die es von Thanksgiving zum Beispiel gab, die kennt ihr von den ganzen vorherigen Jahren schon. Was neu ist auf jeden Fall der Kürbis Pumpkin Pie. Das müsste ja Kürbiskuchen-Hut sein. Dann haben wir hier Full Head Cooked Turkey. Also ein bisschen gekochtes Turkey als Hut sein. Dann haben wir Forest-Crowed Head. Wir haben Konsupia-Inspirated Feeding Truth. Okay, also ein Feeding Truth ist ja Futterdruck. Vielleicht ein neuer Futterdruck-Skin oder ein neuer Futterdruck. Mal abwarten. Und auch ein Cooking Pot. Also Turkey Deep Fryer Cooking Pot. Cooking Pot ist ja der Kochtopf. Mal gucken, was das ist. Vielleicht was ganz Geiles. Mal gucken, wenn es ein Skin für ein Item wäre, wäre das schon ganz geil. Muss ich ehrlich sagen. Würde ich cool finden. Emotes. Die drei Emotes, die wir schon vor den letzten Jahren kennen. Plus noch das Touchdown und das Friends-Emote. Das kommt neu dazu. Eventfarben sind es keine neuen. Also zumindest steht hier nirgendwo neu dran. Das scheinen auf jeden Fall die Eventfarben zu sein, die wir aus den letzten Jahren kennen. Also Orange, Autumn ist Herbstfarben, also, oder Autumn ist Herbstfarben. Sehen wir es braun. Also hier ist überall braun. Magenta. Ich weiß nicht, was Magenta im, na wo Dark Magenta geht. Okay, Dark Magenta ist okay. Also Lida, Violett. Familion ist, glaube ich, ein dunkleres Rot, oder? Bin ich ganz mir sicher. Dann Rot, Dark Red. Also Midnight Blue, Black Sand, Dark Blue, Schwarz. Also tiefere Schwarz, dunklere Schwarz, Grey und Albino. Also die Farben eigentlich relativ wirklich Herbstfarben. Orange, Lila, Rot, Dunkelblau, Dunkel, also Schwarz, Weiß. Finde ich ganz geil. Könnten recht coole Farben rauskommen, da meine Lieblingsfarben eigentlich in der Kombi Rot, Schwarz und Weiß sind. Das ist eigentlich ganz cool. Da könnte ich auf jeden Fall ein paar Dinos rausziehen. Also das sind auf jeden Fall die Dino-Farben, die rumlaufen. Es wird auf jeden Fall ab dem 1. Dezember, Leute, nochmal ein Video geben, wo ich euch das Event einmal komplett vorstelle. Ich werde wahrscheinlich auch einmal alle Dino-Farben euch zeigen, wie die aussehen. Und auch diese ganzen Sachen wie jedes Jahr. Ich habe ja zu jedem Event immer Videos gemacht. Das wird natürlich auch bei Asa jetzt weitergehen. Also da keine Sorge, wird ein Video geben, wo ich euch einfach mal alle Items zeige. Ja, das auf jeden Fall. Sonst haben wir hier unten jetzt nichts mehr. Das ist jetzt so Fan-Community-mäßig der ganze Kran hier. Oh, warte mal, da kommt doch noch ein bisschen was. Was sage ich denn hier? Alles gut, Leute, alles gut. Ja, der Modding-Contest, den hatte ich hier oben schon fast überblättert gehabt. Der findet nämlich am 5. Dezember statt. Gucken, ob das schon mal aufgeschrieben war. Hier irgendwo stand es. Wo stand es? Ist jetzt überblättert? Hallo? 5. Dezember, genau. Da startet der Modding-Contest. Den gibt es also auch noch. Oh Gott, da kommen ja richtig viele im Dezember auf uns zu. Also 5. Dezember ist der Modding-Contest. Für Modder, da kann man dann plötzlich Preise gewinnen. Also auch für alle, die morden. Ich drücke euch die Daumen. Geht auf jeden Fall ein bisschen was, was man sich holen kann. Dann haben wir noch von Apocalypse-Servern. Die haben jetzt wieder ein Event. Also hier, für euch war ich ganz interessant. Der nächste Vibe und der ganze Kram, für die auf den Servern spielen. Auf jeden Fall war ich interessant. Und hier unten haben wir auf jeden Fall nochmals ganz aufgestimmt. Genau, am 22. ist der nächste Vibe. Dann auf jeden Fall auch noch mal für die Switch-News. Gibt es ja gar nicht. Genesis Part 2 kommt auf jeden Fall Anfang 2024 auf die Switch. Gibt aktuell ein paar Angebote, wenn ihr euch für die Switch holen wollt. Aber das ist dann ASE, ganz wichtig. Das ist nicht ASE, sondern das ist ASE. Also da gibt es auch aktuell Preise. Und das war es dann. Genau, jetzt haben wir hier unten alles, was Community-mäßig. Bilder, etc., wenn ihr da Bock habt. Schaut euch mal, das sieht ziemlich cool aus, das Bild. Ja, ich verlinke euch wie immer natürlich auch die Seite. Guckt drunter, was ihr euch anschauen wollt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure, meint so den ganzen Themen in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.